Du kannst weiterwischen. Hier passiert nichts. Wirklich nicht. Ehrlich. Mama, komm, mach mal weg. Verbring deine Zeit mit was Sinnvollem. Hier passiert gar nichts. So. Überhaupt nichts. Wisch mal, komm. Weg mit dir. So. Schon mal eine Feige gegessen mit Schale? Ich probiere das jetzt mal. Aber komm, wisch mal weg. Ich mache hier Snacken nur ein bisschen. Bisschen was Süßes. Nichts Aufregendes. Komm. Guck dir was Sinnvolles an. Los. Weiter. Das ist lecker. Du bist ja echt immer noch hier. Komm. Weiterwischen. Die Feige ist schon geil. Wenn ich mir so irgendwie ein Alien von innen vorstelle. So, komm. Weiterwischen. Das ist schon geil. Aber komm, du kannst jetzt mal... Schluss mal. Hier passiert nichts. Feierabend. Feierabend. Das. Das ist gut. Ja, komm. Schluss für heute. Mach weiter. Tschö. Chao. Eins.